Herzlich Willkommen zu meinem Video eurer Pascal Gaming 13 und heute packen wir die Nummer 3 von meinem Adventskalender Fußball. Und jetzt habe ich die 3 sogar gefunden. Hier unten ist die 3 und wir packen die mal aus. Die 3. Hier ist die 3. Der 3. Booster, Freunde. Der 3. Booster. Aus. Das ist der 3. Und dann geht der Booster aus. Jetzt habe ich draußen. Und dann packen wir jetzt aus. Bis gleich. Freunde, und zwar haben wir einmal hier. Freunde, und zwar haben wir einmal hier. Die Fußball-Bundesliga am Start. Dann hätten wir also Werder Bremen, Schelke 04, Torhüter. Auch sehr, sehr krank. Dann haben wir Leverkusen-Spiel und einmal eine limitierte. Von... 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 ähm... Und wie der heißt aber, das ist eine Limitierte Auflage, Freunde. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ciao. 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 Tschau-